Hallo und herzlich willkommen zurück bei State of Decay 2. Wir haben dem Futsi da gesagt wir holen die Autoteile und ja. Schauen wir was jetzt so abgeht. Weil den hier Tussi Lehrling. Ja kannst du die Autoteile mitnehmen oder nicht? Und die Tasche mit Autoteile? Welche Tasche? Ist die da drin? Oh fuck. Ah ok ich war eh verletzt. Ah Kofferraum öffnen. Oh ich hab schon einen dabei. Scheiße. Oh fuck. Ja dann machen wir doch mal kurz eine Roadtrip. Oh. 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 Abkommt er Was schon, was schon, schaffst du es schon Jetzt wollen wir die guten Autos, Alter Hä? Irgendwo ist noch so ein Kompadre Hä? Ah da ist er Kommst du rauf oder müssen wir zu dir kommen? Mach den mal kalt Ach da liegt einer, dem fehlt das Bein Dämliche Trottel Mal hier irgendwas, auch nicht Drei Container soll es hier geben Hä? Da war jetzt auch nichts, oder? Hä? Den Container habe ich durchsucht Achso, achso, achso Das würde eine großartige Outpost machen Das Auto steht auf der anderen Seite, oder? Hä? Achso Achso, ja, 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 ja Oh mein, ist das fertig, Alter Äh, wo laufe ich eigentlich hin, Mann? Da Können wir jetzt einen Haufen Scheiß mitnehmen Mein Auto hat auch schon mal bessere Tage gesehen So Okay Mal rein da und alles mit Ah, da sind noch zwei Sachen So Dann sind wir hier jetzt eigentlich fertig Soll ich den Ort beanspruchen? Neee, der ist zu weit weg Halt, Trottel Hoppla Lolololololo Lololololo Als ob Spenzi Spenzenator Ah, jetzt würde ich schon fast das Haus auch mal gern durchsuchen Guck Guck, wenn wir schon da sind Schnauze Das magst du nicht? Halt Da legen wir jetzt den noch ab Alter Alter, haben wir hier einen Haufen Shit-Aids dabei Vielleicht wäre es mal schön, wenn wir noch mal keine Gegner drin wären Ja, okay Ja, okay Fuck you Oh Die hat noch klebt Mann, dann kalt Mach dich mal nützlich, du Lump Okay Okay, können wir den mitnehmen Ah ja, da ist noch so ne Garage Schnauze So, das da Oh oh Ja Ja, mach doch mal Benzin Was macht denn der andere Töte doch mal den Run 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 Mich wunderts, dass sie überhaupt noch gelebt, ey Ich meine, ich steht doch noch und schaut blöd Ich muss mal Auto da hinten Ich muss mal nen Rucksack abgeben Ich hab so viel Shit dabei Ich hab so viel Shit dabei Zack Zack Oh, so dauert es halt natürlich auch Entsprechend länger Länger Oh, da ist ein Zeugenherz Äh Medikamenten Zeugs halt Was ist das, Alter? E-Team Wagen Wo war der Kofferraum öffnen? Ach du Kacke Äh Äh Fuck Ah ja gut Das können wir eigentlich verwenden Dann nehmen wir das mit Das rissen wir aus Äh, wir haben eigentlich genug von der Scheiße, ne? Das da rein Und nehmen wir das auch mit So, jetzt liefern wir den Typen ab Und dann gehen wir pennen Also Die Tussi Hä? Achso Oh Gott, wie blöd Ich muss den ja Zurück bringen zu seiner Enklave Soll das schon kaum ein Zug kommen Soll das schon kaum ein Zug kommen Irgendwie erinnert mich das vom Aussehen her ein bisschen am PUBG oder so Oh warte, da ist es ja gleich Oh warte, da ist es ja gleich Ich helfe gerne Gute Mechaniker, wäre zweifelig nützlich Danke für die, könntest du uns vielleicht helfen, die Autowerkstatt aufzubauen, wenn wir uns niedergelassen haben Ich helfe gerne, gute Mechaniker zu haben, wäre zweifelig nützlich Okay, cool Einfluss plus 50 Also gut, dann gehts jetzt auf zurück, ne? Alter, wie viele Horten laufen hier rum Ich würde natürlich jetzt am liebsten noch mehr durchsuchen Oh fuck, da oben ist ne Tankstelle, ne? Ah, da müssen wir anders mal hin Ich will nicht riskieren, dass Meilenhoff drauf geht wegen der ganzen Scheiße Warum dieses scheiß Pferd oder Esel oder was der geil was So Ups Ah Ich bin wieder da Wir haben einen Haufen Scheiße dabei Lebt ihr noch? Alle tot Äh Du 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 Oh Du Pu knarre kann sie können sie könnte die knarre behalten ja die kann die knarre gemeinschaft wechseln wir auf die kate wobei die kate jetzt eher weniger kämpfer ist sondern eher aber komm scheiß drauf wir wollen sie alle mal benutzen wir wollen sie benutzen wir wollen sie benutzen ja klar ich halte die schnauze essen und schau achso ja ausrüsten jetzt habe ich die knarre wieder dabei oder ausrüsten kann immer jemand töten der nervt aber ich habe jetzt sowieso mal so und das betonstahl ausrüsten sehr schön dürfte eigentlich ganz gut laufen überlebensaktivitäten bei der sat city wäscherei ok gehen wir noch mit dem auto nein wir laufen da so hin das ist ja gleich ums eck ne oh ne doch nicht sprit haben wir ja noch ja geht so erledigt also eine horde was man nicht zerstört wird zu einem infektionsherd das macht denn der da Hilfe ja mach mal die platte ey ich mach mal kurz das mikro aus bis die augen ich mach mal kurz das mikro aus bis die augen und da bin ich wieder ich wurde beim dirty bird expresso von nate getrennt kannst du mir helfen ihn zu finden alles klar wo war'n der da hinten ja ok zuerst versuchen wir aber den scheißmann fahrradgenerator was zur hölle ok da müssen wir dann da rum da rechts oder oder ja das ist eine gute Sache hier wir machen es noch besser wir machen es noch besser wir machen es noch besser boah fuck ach ja da ist ein solcherz hab ich ganz vergessen was zur hölle was zur hölle wer ist ist sie wir nicht dass haben wir wo haben wir w w w Das ist so großartig! Das ist so großartig! Alter! Boah! Alter! Wo ist der Typ hin? Die Ausgestoßene, du bist echt dein Lebensritte. Können wir dir das anbieten? Hast du etwas Munition? Den kann ich am Ende brauchen. Ein paar Lebensmittel wären toll. Warte mal, ich muss ja nach unten drücken, ne? Wir haben mir eigentlich vor allem ein wenig was. Hell yes! Bleib ruhig, okay? Alter Schwede, was für ein Feind ey! Und die... Äh, ich hab jetzt endlich einen Eiser. Hopp, verreck! Da... Naja, war klar. Kann ich da eigentlich rein? Ne, kann ich nicht. Jetzt kann er mich am Arsch lenken, ich geh weiter. Tschüss! Ah, fuck you! Ups! Hä, da hat's dann... Was ist das da? Ach, das sind die Schraubendreher! Ah! Da ist das Wandernde Horde, die machen wir mal platt. So lange wir auf offenem Feld sind, fahren wir sogar einen Haufen. Och! Haha! So, wie groß ist die Horde? We have to keep destroy those plague hearts. It's the only way to be safe. Ja, ja, ist ja klar. Ich will jetzt erstmal die... Zombiehörtchen da platt machen. Wow, 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 wow. So, das ist jetzt euerm Arsch. So, dann haben wir doch das. Ups, machen wir denn das zu unserer Basis? Da machen wir jetzt eine Basis draus, hätte ich gesagt, oder? Können wir überhaupt? Können wir... Außenposten beanspruchen, bist du sicher, dass ich in Außenposten... Den Außenposten anzuzeigen... Hä? Achso, ich muss das Menü öffnen und dann ja... Warte, wo ist das... Lebensmittelsammlung, Gemeinschaftsziele, Schaltplattenräume, Jagd auf einen Plattenspieler, eine Seuche in der Gemeinschaft, Zombies, Drogen zuhause... Okay... So... Passt alles? Hm... Komm mal zu... Bitch... Schnauze... Bitch... Schnauze... So... Dann fahren wir mal zurück... Oder suchen wir denn noch? Ne, da waren wir drin... In denen waren wir eigentlich noch nicht wirklich alle drin, ne? Ich denke, ich sehe ein unfriendliche Gesicht... Sieh mal Rucksack... Ach, scheiße... Ich hab... Ich hab meinen Rucksack ersch... Ups... Ah, fuck... Boah... Die sind ja schon vorher zuhause, oder? Diese kleinen Bitches... Oh nein... Nein, Tommy... Ich hab meine Mühle abgelegt... So... Erstmal das da... Das da... Das da... Das da... Das da... Das da... Nein, ich hab meine Mühle abgelegt... Scheiße... Achso... Der ist an der Hintertür da... Au, ich bin mit dem anderen... Ups... Cool... Noch ein 8er... Ein Haufen Schrauben... Ist hier noch irgendwas drin? Ja, ja, ja... Hau weiter... Benzin... Scheiße... Die guckt gleich durch... Ah, fuck... Okay... Sie sind durch... Oh, fuck... Es sind gleich drei... Warte... Mach mal zu... Nein, kannst nicht zu machen... Ne... Ah, scheiße... Der ist doch reingekommen... Der ist doch reingekommen... Warte, warte... Wenn wir jetzt... Hey, hey, hey... Tschüß... Hey, hey... Boah, was... Ah, ich... Ah, jetzt weiß ich, warum ich... Warum ich vorhin fast verreckt wär... Weil ich immer A gedrückt hab... Das ist scheiß Playstation Phobie, man... So... Ey, wie viele jetzt da ständig um Hilfe bitten, Alter... Könnt ihr eure Scheiße mal alleine regeln? Tschüß... Ah... So... Backpack... Die Zombie machen die anderen kalt... Oh, dann ist auch schon wieder soweit... Ich liefere jetzt noch schnell mal die ganzen Ressourcen ab... Und dann mache ich eine kurze Pause... Und dann bedanke ich mich jetzt bei euch für's Zuschauen... Und macht's gut, bis zum nächsten Mal... Servus!